Willkommen in der Welt von Techbelt, dem unübertroffenen Marktführer in der Herstellung von PTFE-Trocknerbändern, die sorgfältig gefertigt wurden, um den unterschiedlichen Anforderungen von Öfen und Aushärtungseinheiten gerecht zu werden. GM 95, nah unsere maßgeschneiderten Juwelen, die in unserer weitläufigen, 13.000 Quadratmeter großen Anlage sorgfältig zum Leben erweckt werden und über modernste Ausrüstung verfügen, die von unserem hauseigenen Experten-Team sorgfältig entwickelt wurde. Das Herzstück unserer Trocknerbänder ist das außergewöhnliche PTFE-beschichtete, offenmaschige Material, das unvergleichliche Vielseitigkeit und Haltbarkeit bietet. Mit Maschenweiten von 1 mm bis 6 mm Öffnungen erfüllen unsere Bänder jede spezifische Anforderung. Wählen Sie zwischen unseren klassischen braunen oder antistatischen schwarzen Versionen, die perfekt auf Ihr Trocknersystem zugeschnitten sind. Dank unserer Fertigungskompetenz sind wir in der Lage, Gürtel mit einer Breite von bis zu 5200 mm und der beliebten offenen Maschenweite von 4 mm herzustellen. Mit dieser immensen Leistungsfähigkeit können wir nahtlos Bänder für Maschinen jeder bekannten Breite bereitstellen und Ihren Betrieb so in die Lage versetzen, neue Höhen zu erreichen. Kontaktieren Sie unser fantastisches Vertriebsteam per E-Mail an sales-at-tech-blt.com oder rufen Sie uns unter 014-223-66386 an.